Was ist wichtiger im Leben? Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb. Als gesundes Selbstvertrauen. Mom, und wenn ich's nur nicht schaffe? Ganz gleich, was andere sagen. Tyler Bensfield ist nicht, ich wiederhole, er ist nicht dein Freund. Oder denken. Seht euch das an, die Zombie-Familie beim... Corki nimmt's gelassen. Ich bin stolz auf meinen Bruder. Also nicht verpassen. Alles okay, Corki. Jeden Montag, 17.55 Uhr in der ARD. ARD, das will ich sehen. 3